Einen schönen Sonntag wünscht euch der Callcenter Kasia zum heutigen Video. Heute fahren wir gemeinsam virtuell durch das Tal der verwirrten Betrüger. Bitte während der Fahrt nicht aussteigen, nicht mit dem Fahrer sprechen und auch keine Blümchen pflücken. Auch das Füttern der Gestalten ist strengstens untersagt und ihr kennt es sicher aus dem Zoo. Vorsicht, Affen werfen mit Kot. Also bitte anschnallen, denn nach dem Intro geht's los. Hallo und guten Tag, Herr Burstmann-Differ, ja? Ja? Ja, ich grüße Sie. Mein Name ist Nowak. Ich melde mich nochmal von dem Bitcoin-Geschäft. Hallo, herzlich willkommen nochmal bei uns. Sie haben sich gerade nochmal die Daten bei uns gegeben. Es gibt alles auf dem Bitcoin-Geschäft, ja? Nee, beim Bitcoin-Geschäft habe ich mich nicht angemeldet. Also Sie haben bei den Online-Tradings, also eine von unseren Werbungen, es geht zum Beispiel auf den Bitcoins, Aktien, Rohstoffen, ja? Forex-Trading, um so geht das Ganze. Ja, und welche Seite ist jetzt Ihre? Also bei uns jetzt ist genau Beta-to-Trade, also wo Sie die Daten gegeben haben, haben Sie auf jeden Fall mit einem von unseren Sponsors. Also weil wir arbeiten mit sehr vielen Sponsorfirmen, ja, dass die für uns Werbung machen, okay? Ja. Genau. So, wenn ich sagen dürfte, haben Sie nochmal Laptop oder Computer? Was nutzen Sie? Ich habe einen Computer. Super. Und haben Sie sich nochmal gedacht, mit was für einer Summe Sie starten wollen? Also mit Mindestvertrag oder höher? Naja, nee, das habe ich noch nicht gesagt, weil ich weiß noch gar nichts über Ihre Firma so richtig. Okay, Beta-to-Trade, da können Sie nochmal schreiben, also auch bei dem Google oder da ganz so bei der Suchmaschine www. Ja, und dann, auf Ihrer Webseite habe ich nichts über Ihre Firma gefunden, deswegen habe ich noch weitergemacht. Genau, okay, jetzt würden Sie nochmal listen. Ja, dann erzählen Sie mir doch mal was über Ihre Firma. Genau, also unsere Firma ist Beta-to-Trade. Wir handeln nochmal mit dem Forex, Rohstoffen, Aktien, Indizes und Krukturierungen, was nochmal neu ist in der Marke. Auf jeden Fall bekommen Sie davon in der Seite einen Bonus, ja, und bekommen Sie auch einen Broker, das Ihnen nochmal unterstützt mit den Signalen wird, mit den Projekten wird und das immer bei Ihnen nochmal bei der Seite ist, okay? Das heißt, Sie werden nochmal zusammen in den Brokers zusammen investieren, arbeiten, die werden nochmal über Ihre Konto nochmal kümmern, ja. Jederzeit wird auf jeden Fall unser Team über Ihre Trades nochmal anschauen und arbeiten, okay? Zum Beispiel, Sie investieren einen kleinen Betrag am Anfang nochmal mit 250 Euro, davon bekommen Sie auch den Bonus, ja, belassen wir nochmal 15% nochmal davon, ja. Und würden Sie auf jeden Fall mit einem Startkapital ungefähr so 200, also 300 Euro nochmal starten. Mit diesem Betrag, der Broker wird mit Ihrer Konto nochmal arbeiten, zusammen mit Ihnen auf jeden Fall. Also 250 Euro, damit kann man ja nichts verdienen, das ist zu wenig. Genau, also bei uns, also wir müssen Ihnen nochmal erzählen, wie mit kleinen Summen nochmal Sie umgehen, okay? Wir können auf jeden Fall, weil da gibt es genau Projekte, dass sie Millionen kosten, ne? Aber ich kann Ihnen nicht millionische Projekte präsentieren, wenn Sie immer noch nicht... Vielleicht reden Sie mal nicht so schnell, ich verstehe Sie kaum. Sie reden so schnell, das versteht man kaum. Komm, das klingt sehr undeutlich. Okay, jetzt können Sie mich besser hören, ja? Ja, langsamer und deutlich. Danke. Genau. Also, ja bitte, kein Problem. Also, Sie werden auf jeden Fall mit dem Broker zusammenarbeiten, ja? Auf jeden Fall, mit 250 Euro, das ist ein kleiner Betrag, das wissen Sie ja schon. Das sagte ich ja gerade schon, mit 250 Euro gebe ich mich nicht ab. Ich hatte so an 7.000 bis 8.000 Euro gerechnet. Das möchte ich investieren. Okay. Okay, sehr gut. Dann können Sie auch mit dem solchen Betrag nochmal anfangen, kein Problem. Also, nur Ihnen, ich muss also, ich bin verpflichtet Ihnen zu erzählen, was Mindestenbetrag ist. Ob Ihre Wille so auf dem 8.000 ist, ist jetzt kein Problem. Der Einzahlung würden Sie also auf jeden Fall mit dem Bitcoin nochmal machen. Kennen Sie nochmal die Bitcoin-Krechette oder möchten Sie per Bankdaten machen oder mit Kreditkarte oder... Ich würde sowas per Überweisung machen. Per Überweisung machen. Genau. Okay, dann müssen wir nochmal mit einer von uns, also P2P, es geht mit einer von unserer... Nicht so schnell reden und nicht so viel irgendwie in Fremdwörtern. Man versteht sie kaum, weil sie sehr undeutlich sprechen. Okay. Okay, also dann müssen wir mit einer von unseren Partners zusammenarbeiten. Ne, ich wollte mit Ihnen arbeiten. Ich wollte mit Ihnen arbeiten. Genau, aber die Payment-Methode zum Beispiel, ja, das ist eine Payment-Methode. Ja, aber ich möchte, ich zahle in Euro. Ich zahle in Euro. Ich zahle nicht in Bitcoin. Ne, ne, alle am Euro. Also mit diesem zum Beispiel, Sie haben genau zum Beispiel 8.000 auf dem Bank. Und diese 8.000 wollen Sie nochmal auf der Trading-Klassform haben, ja. Dann mit diesem 8.000, wir werden dieses Geld auf dem Bitcoin umtauschen und auf dem Bitcoin wird nochmal auf Ihrem Konto als Euro gezeigt. Ne, ne, ich möchte nicht, dass Sie auf Bitcoin umtauschen. Ich möchte mit Bitcoin ja gar nichts machen. Ich möchte mit Euro... Ach, okay. Ah, okay, dann. Lass mich doch einfach mal ausreden. Das wäre doch schon mal nicht schlecht. Also, warum sollte ich mit Bitcoin einzahlen, wenn ich mit Euro handeln will? z.B. oder Forex. Das hat ja nichts mit Bitcoin zu tun. Kein Problem. Dann können wir das Ganze auch mit Euro oder mit, also auf jeden Fall mit Fiat handeln, okay? So, Ihre E-Mail-Adresse können Sie nochmal mir kurz bestätigen bitte? Ja, dann sagen Sie mal. Das ist richtig, ja. Aber, okay, aber das ist ja normal, normal, das ist eine Möll-Mail, also Mpz.mail, das ist ein Möll-Mail. Nein, das ist ein Mail-Anbieter. Genau, aber dieses E-Mail, also das ist eine Möll-Mail normalerweise. Wieso eine Möll-Mail? Also Mpz.email. Weil wenn Sie mal so zum Beispiel auf Google geben, ne, Mpz.email, dann das zeigt Ihnen, dass es eine Möll-Mail ist. Haben Sie mal als Temporary-Mail, lassen Sie sagen. Ne, das ist meine Mail-Adresse. Okay, haben Sie ein anderes E-Mail als G-Mail oder gmx.de oder solches? Ne, habe ich nicht. Haben Sie nicht? Okay, dann warten Sie mal kurz. Ich kann Sie nochmal einen Test, nochmal eine E-Mail schreiben. Bleiben Sie kurz in der Lade, bitte? Natürlich. Okay, gleich werden Sie nochmal die Bande, das ist per E-Mail nochmal gehalten. Dann machen wir so, kann ich Ihnen nochmal mit dem Kontraaktivieren helfen, also auf dem Computer? Also erst... Haben Sie ein Programm, genau. Was habe ich? Haben Sie ein Programm, heißt AnyDesk oder TeamViewer? Haben Sie auf dem Computer? Nein, habe ich nicht. Ich sitze hier am Firmenrechner, da habe ich sowas nicht drauf. Aha. Okay. So, dann können Sie auf den Google-Punkt-Dema gehen. Ja, was soll ich da machen? Okay, dann bitten Sie A wie Anton. Ja. Envy Noddl. Ja. Ypsilon. Ja. Ein David Dora. Ja. Evi Emil. Ja. SV Siegfried und Kavi Kaufmann. Ja. Genau, das sind Sie drin, AnyDesk. AnyDesk. Ja. Genau. Das sehe ich hier. Was ist das? Wozu brauche ich das zum Traden? Also, mit diesem Programm, das heißt AnyDesk, mit diesem Programm würden Sie sich mit dem Broker zusammen verbinden und er wird auf jeden Fall Ihnen das ganze Plattform nochmal Ihnen zeigen, ja. Und auf jeden Fall Ihnen mit den Trades beibringen, ne. Der wird Ihnen nochmal lernen, wie Sie nochmal kaufen und verkaufen die Trades können. Ist das also ein Trading-Programm? Nee, 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 nee. Das ist nicht Trading-Programm. Das wäre ein Programm, wo wir mit Ihnen zusammen verbinden, die Computer werden. Dann würde die zum Beispiel... Man kann nicht traden, wenn man sich nicht mit dem Computer verbindet? Nee, nee, zum Beispiel. Schauen Sie mal. Sie, also Sie auf Ihrem Computer, Sie machen nochmal den Trading-Plattform auf, okay? Dann würden Sie auf jeden Fall von unserer Seite, der Broker, wird sich nochmal auf den Computer kommen, ja, durch der Programm AnyDesk und er wird nochmal Ihnen helfen. Er wird Ihnen nochmal zeigen, wie Sie nochmal mit den Trades weitermachen. Ach, das kann der so nicht erklären? Auf jeden Fall, er kann das Ihnen erklären, aber mit dem AnyDesk kann ich Ihnen auch zeigen, okay? Damit Sie leichter für das verstehen können. Ach, Sie meinen, dass ich mich dann irgendwie mit dieser AnyDesk-Dinger bei seinem Computer einlogge und damit er mir das zeigen kann? Habe ich das richtig verstanden? Also, mit diesem Programm können zum Beispiel wir auf Ihrem Computer kommen. Ja, aber dann können Sie mir doch nicht zeigen, wie ich das machen muss. Dann muss ich mich doch bei Ihrem Computer dazuschalten, damit ich das sehen kann, wie er das macht. Genau, aber es geht immer auf den Computer von der Kunde. Warum? Leider, also so geht es immer. Nicht nur bei uns, also jede Firma hat so der Regen. Also, wir müssen auf euer Computer kommen. Eure? Wieso eure? Das ist meine. Das ist mein Firmenrechner. Genau. Ja, gut, okay. Also, soll ich das jetzt mal runterladen oder was? Ist das Pflicht? Genau. Okay. Dann lade ich mal runter. Okay. So. Dauert jetzt ein bisschen. Kein Problem. Aber erzählen Sie doch mal ein bisschen was... Was für eine Firma haben Sie? Bitte? Genau, was für eine Firma haben Sie bitte? Erzählen Sie mir über sich bitte. Was für eine Firma haben Sie? Was habe ich? Was für eine Firma haben Sie? Nein, ich selber habe keine Firma. Ich arbeite in einer Firma und arbeite hier im Homeoffice mit einem Firmenrechner. Aha, okay. Okay, cool. Also, haben Sie sich selbst angeschaut, wie man bei dem Online-Training sich da nicht verdienen kann? Ich verstehe Sie nicht. Sie nuscheln so sehr. Ich verstehe Sie leider nicht. Okay, jetzt können Sie mich auch gut hören, ne? Jetzt wird es wieder besser. Sehr gut. So, also runtergeladen ist es jetzt. Und dann muss man installieren. Einfach Order öffnen. Das ist gleich. Ja, ich installiere. Oh, hier kommt gerade eine Fehlermeldung. Eine Fehlermeldung. Das administrativ ist dieses Programm gesperrt. Das heißt, ich denke mal, das hat derjenige, der den Rechner gebaut hat, ausgeschaltet. Na gut, es ist ein Firmenrechner. Vielleicht ist es deswegen so. Also, ich kann dieses Programm nicht installieren. Also, am besten, kein Problem. Also, wann sind Sie dann zu Hause? Ich bin zu Hause. Ich bin im Homeoffice. Haben Sie gar keinen anderen Rechner? Nein, ich habe nur diesen. Warum soll ich zwei Rechner haben? Weil diesen Rechner, sagen wir, das für Ihr Betrieb ist, oder? Ja, natürlich. Aber ich kann den auch privat nutzen. Genau. Wenn Sie das auch privat nutzen, muss man dann schauen. Sie bitte, weil für den Programm, das kann man auch... Nee, aber ich kann den so privat nutzen, aber nicht mit Programmen, die offensichtlich gesperrt sind für diesen Rechner. Ich kann Google, ich kann Mail, ich kann alles privat machen. Aber sowas wie dieses Eddix kann ich nicht machen. Okay, einen Moment. Dann können wir also nicht handeln? Nein. Na gut. Ein Moment bitte. Jetzt helfe ich Ihnen kurz. Das scheint ja sehr kompliziert zu sein. Nein, nein, das ist nicht kompliziert. Ich bin nochmal auf den Bankdaten am Ficken. Ich bin nochmal mit dem Finanzabteil am Sprechen. Ja, aber ich habe ja noch nicht mal eine E-Mail bekommen von Ihnen. Sie haben doch gesagt, Sie hätten mir eine E-Mail geschickt. Genau. Deswegen, also ich spreche jetzt mit der Finanzabteilung. Die werden Ihnen nochmal die E-Mail mit dem Bankdaten zufüllen. Okay? Ja gut, aber bis jetzt habe ich ja noch nicht mal... Sie wollten die E-Mail überprüfen, aber Sie haben gar keine E-Mail geschickt. Wie wollen Sie die denn überprüfen, wenn Sie keine E-Mail schicken? Ich bin nochmal mit dem Supportabteil am Sprechen. Jetzt, ich muss nur die Daten nochmal weitergeben, an wem nochmal der E-Mail gehen soll. Aber Sie hatten doch vorhin gesagt, Sie hätten eine E-Mail geschickt. Und es ist immer noch keine E-Mail da. Nein, ich habe keine E-Mail geschickt. Sie haben aber gesagt, Sie haben eine E-Mail geschickt. Nein, nein, nein. Doch, haben Sie gesagt. Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Doch, haben Sie. Weil ich habe nicht gesagt, weil... Nein, ich habe das nicht gesagt, weil wir haben noch nicht E-Mail gesehen. Ich kann das Ihnen nicht sagen, wenn das noch nicht bei unserer Seite nochmal versendet ist. Deswegen bitte nur haben Sie einen kleinen Moment geduld, okay? Ja gut, dann machen Sie das mal erst, wenn Sie in der Zwischenzeit können Sie mir dann ein bisschen was über Ihre Firma wirklich erzählen, weil bis jetzt haben Sie nicht über Ihre Firma gesagt, nur über das, wie es vorgeht bei Ihnen. Wie man handelt. Aber über Ihre Firma selber haben Sie noch nichts erzählt. Kein Problem. Jetzt würde ich Ihnen nochmal... Also am besten wäre, wenn wir mit dem Elitas verbinden können. Haben Sie ein Android-Handy? Also was für ein Handy haben Sie bitte? Ich habe ein Nokia 3310. Nokia? 3310. Da ist er raus. Das war so klar. Guten Tag. Ja, hallo, ich bin Leon Steiner und Sie haben sich bei uns angemeldet, ist das richtig? Ich weiß ja gar nicht, wer Sie sind. Ja, wir sind Bitcoin Soft 360 und wir hatten gestern einen Termin um 5 Uhr und Sie haben auf mich nicht antwortet, ja? Gestern um 5 Uhr hatten wir einen Termin? Ja, das steht hier auf dem System. Ah, nein, 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 das ist am Freitag. Ich entschuldige mich bei Ihnen, ja, das war mein Fehler. Ja, da war ich da, aber mich hat keiner angerufen. Ja, ich habe siebenmal oder fünfmal angerufen und ich habe vielleicht mal, was haben Sie gesagt? Ne, haben Sie nicht. Ah, vielleicht das war ein Fehler von dem System, ja? Die Systeme macht das immer. Okay, und jetzt sind Sie bereit? Bereit wozu? Um Ihre Kunst zu aktivieren. Das weiß ich nicht, in welcher Firma waren Sie noch gleich? Bitsoft 360. Und das ist Ihre Webseite, Ihr Portal? Ja, das ist richtig. Gut, dann buchstabieren Sie das doch bitte mal. Okay, das ist ganz schön, ja? Sie haben ein bisschen Zeit jetzt. Ja, gut. Ist es so schwer, Ihre Webseite zu buchstabieren, Ihr Portal? Ja, das ist ganz normal. Bit, kennen Sie Bit? So nennen Sie es buchstabieren, okay. Aha, B? Ja? I? Ja? T? Ja? C? Ja? Nein, 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 S. Ich entschuldige mich bei Ihnen. Oh, Sie können nicht buchstabieren. Also S? Ja, S. O? Ja? F? F? T? T? T kenne ich nicht. Ja. Was ist Tee? T? Das ist der normale Tee. Tee? Tyler zum Beispiel, ja. Okay, also Sie sprechen kein Deutsch. Okay. Ja, ich bin halb Deutscher, halb Spanischer, ja, ich entschuldige mich bei Ihnen. Gut, also Bitsoft. Und dann? Ja, 360. 360. Und weiter? Dotcom. Okay. Dann schauen wir doch mal. So. Also erstmal aufmachen, alles. Ja, sehen Sie? Ja, es baut gerade noch auf. Gut, so. Okay. Und jetzt, was sehen Sie auf dem Bild oder auf der Website? Ich sehe die Website halt, Bitsoft 360. Ja, okay, das ist richtig. Sie haben das schon richtig gemacht und Sie haben sich bei uns angemeldet auf dieser Website. Und jetzt bin ich ja Kontomanager, ich möchte Ihnen helfen, um Ihre Erkunft zu aktivieren, ein bisschen Informationen zu mitteilen und Ihre Fragen zu antworten. Okay? Ja, gut. Dann, also, wie kann man bei Ihnen Geld verdienen? Ja, das kam daran aus Situationen, wir benutzen Kryptowahrungen, normale Wahrungen, Rottstoffe, Ohl, Gas und so weiter. Ja, das kam daran aus Situationen und die Entscheidung von der Finanzberater. Was, was, nochmal? Nicht so schnell sprechen und versuchen deutlich zu sprechen. Ich verstehe Sie kaum. Okay, okay, wir benutzen Kryptowahrungen, normale Wahrungen, Rottstoffe. Was sind, was sind denn Wahrungen? Ja, Wahrungen, das sind wie die Aktien von Microsoft oder die Aktien von Netflix oder die Aktien von Mercedes, ja? Das sind die Wahrungen, Kryptowahrungen. Ach, Wahrungen, okay. Ja, und es gibt auch elektronische Wahrungen wie Bitcoin, Ethereum und so weiter. Das sind ja keine Wahrungen, das sind ja im Prinzip Kryptowährungen und keine Wahrungen. Ja, ich entschuldige für meinen Akzent nochmal, ja, ich bin halbdeutscher, ich bin nicht Zelldeutscher. Nee, Sie sind kein halber Deutscher. Sie können ja nicht mal ansatzweise Deutsch sprechen. Ja, ich stimme zu, ja, meine Mutter hat mir Spanisch unterrichtet, ja. Und ja, das ist zuerst. Zweite, verstehen Sie, was Handelskonto ist? Sie versuchen, wollen Sie mir sagen, was ein Handelskonto ist? Ja, Handelskonto ist. Nicht Händel, Handel. Ja, das ist Handel, ja. Nein, Handel. Handel. Nicht Handel. Okay, Handel. Ja, weiß ich. Okay, das ist ganz schön. Okay, und verstehen Sie die Struktur von unserer Kooperation und der Firma? Nicht so schnell, bitte. Sie sprechen so schlecht Deutsch, wenn Sie noch schneller, Ihr Möchtegern Deutsch sprechen, dann verstehe ich noch weniger. Was soll ich verstehen? Verstehen Sie die Struktur von unserer Firma? Nee, ich weiß ja über Ihre Firma noch gar nichts. Okay, dann, ich erkläre das jetzt. Zuerst, Sie bekommen einen Finanzberater. Die Finanzberater studierte und analysierte die Daten und sagte Ihnen, was sollst Sie machen und was sollst Sie... Nicht so schnell. Okay, Sie bekommen einen Finanzberater, die Finanzberater studierte und analysierte die Daten von den Finanzmarkten. Haben Sie das verstanden? Ja, der studiert die Daten vom Finanzmarkt, nicht vom Finanzmarkt. Sie müssen nicht irgendwelche Sprachen da reinmischen. Aha, okay, okay. Und zweiter, Sie bekommen einen Roboter, der Roboter kauft und verkauft und Unterschiede zwischen dem Preis ist eher gewinnt. Ich habe in der Voodoo gar keinen Platz für einen Roboter. Ja, das kommt mit dem Finanzberater, ja, die Finanzberater werde... Oh, der stellt den auf bei mir? Der stellt den Roboter auf bei mir? Ja, ja, das ist nur eine Applikation. Das ist nicht eine richtige Roboter, das ist nur eine Applikation. Ach so. Also bekomme ich keinen Roboter, ich bekomme eine Software. Ja, eine Software. Ja, Sie sagt mal eine Roboter. Ein Roboter ist was anderes. Ja, aber das ist die Struktur, ja, ich müsste das sagen. Ja, verstehen Sie? Ne, das steht auf Ihrem Skript, aber das heißt ja nicht, dass das Skript richtig ist. Ja, ich stimme zu. Aber mein Chef werde mir umbringen, ja, wenn ich das nicht sagen. Ja, okay. Okay, und das dritte, Sie bekommen eine Risikomanagement-Applikation, okay? Ich würde es noch schneller sprechen, damit ich noch weniger verstehe. Langsamer sprechen. Aha, und Sie bekommen eine Risikomanagement-Applikation. Ja, und was ist das für eine Risikomanagement-Applikation? Diese Risikomanagement-Applikation, wenn es gibt eine Möglichkeit, um Geld zu verliehen. Zum Beispiel, ja, wenn Sie kaufen Aktien für 10 Euro oder 20 Euro und es gibt eine Möglichkeit, um 5 Euro zu verliehen, das System stoppt sich automatisch. Zum Beispiel, wenn Sie verliehen diese 5 Euro, ja, Sie stellen das auf das System und davon die Finanzberater wurde es angestellt. Dann macht das, das System stoppt sich automatisch und Sie verlieren nicht mehr alles diese Summe, okay? Nee, das habe ich nicht ganz verstanden. Okay, ich erkläre das einem nochmal, okay? Ja. Okay, diese Risikomanagement-Applikation ist ein Mensch in unserem Büro und es ist eine Applikation auf Ihrem Handy, okay? Okay. Wenn es eine Möglichkeit gibt, ein Geld zu verliehen, das System stoppt sich automatisch und Ihr Geld nicht verliert, okay? Ja gut, ich versuche es zu verstehen, okay. Okay, am Ende, Sie bekommen einen Kundenberater und das bin ich. Wenn Sie Fragen haben oder etwas nicht verstehen, ich werde sehr gerne das erklären. Mhm, gut, okay. Kann ich auch mit Aktien bei Ihnen handeln? Ja, natürlich. Sie können das immer machen. Gut. Und? Ja? Was möchten Sie sagen? Wenn es mit Aktien auch geht, wie geht Ihre Firma denn mit dem Agio um? Ja, ehrlich gesagt, ich kenne das nicht, aber Sie können darüber mit dem Finanzberater sprechen. Ja, prima. Dann geben Sie mir mal den Finanzberater. Ja, die Finanzberater arbeiten nur mit den Kunden, ja. Zum Beispiel aktivieren Sie Ihr Konto und danach das, Sie können mit dem Finanzberater einen Termin und eine Plan, Investition, Plan machen und ja. Ja, ich möchte doch erst mal wissen, was Sie mir bieten können. Ich würde ja nicht, ich werde ja erst dann, ich werde ja erst dann Ihr Kunde sein, wenn ich weiß, wie, was Ihre Firma mir bietet. Okay, dann ich sage Ihnen gleich, was Sie bieten und wenn Sie Fragen haben, ich schreibe das zu der Finanzberater, die Finanzabteilung, okay? Ja, dann schreiben Sie auf. Ich möchte gerne wissen, wie Ihre Firma mit dem Agio umgeht. Aha, okay, warten Sie mal, ich schreibe das auf das System. Warten Sie mal, das dauert ein bisschen. Und ja, Sie haben mehr gesagt, ja, aber nicht mit dem großen Prozent, ja. Zum Beispiel, Sie arbeiten nur mit 5 Prozent von der ganzen Investition, ja. Was? Was? Sie haben mir gesagt, ja, wir arbeiten mit diesem, aber es gibt nur 5 Prozent von diesem. Ja, wir benutzen, wenn jemand investiert auf unserer Plattform, ja, wir benutzen nur 5 Prozent von diesem auf Ihrem Konto. Und die andere wäre auf die Kriptowährungen, Aktien, Rotsstoffe und so weiter. Ja gut, aber das war doch nicht die Antwort auf meine Frage. Ich wollte wissen, wie Ihre Firma mit dem Agio umgeht. Okay, dann ich schreibe Ihnen einen nochmal. Und wie geht Ihre Firma mit dem FOMO um? Ich schreibe Ihnen jetzt, okay, warten Sie mal. Ja. Okay, Sie haben mir gesagt, was meinen Sie, ja, wir arbeiten mit diesem oder was? Wie Ihre Firma mit dem Agio umgeht. Ja, es läuft ganz normal wie die anderen Firmen, ja. Sie haben mir gesagt, herrlich gesagt. Was ist denn ein Agio? Ja, ich kenne es nicht, ja, ich bin Kundenberater, nicht Finanzberater, aber sie haben mir gesagt, auf unser System, ja, sie haben antwortet. Sie haben mir gesagt, ja, wir arbeiten mit Ihnen aber nur mit 5 Prozent, ja. Nee, das hat doch, das hat, weiß der Finanzberater überhaupt, was ich gefragt habe, weil die Antwort passt ja so gar nicht. Okay, lassen wir das mal weg, also scheinbar weiß der nicht, was ein Agio ist. Gut, dann wie geht Ihre Firma mit dem FOMO-Syndrom um? Ja, okay, dann ich schreibe die Finanzberater, nochmal, das ist, äh, ehrlich gesagt, das ist nicht die Finanzberater, das ist nur die Finanzabteilung, das ist die Sekretärin von der Finanzabteilung. Ja, dann hat, dann hat die wahrscheinlich, äh, irgendwie, dann macht es ja wenig Sinn, ich möchte ja gerne wissen, wie Sie damit, wie Ihre Firma damit umgeht. Ja, 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 Sie haben recht, ja, ich stimme, das ist Ihre Geld und das ist Ihre Entscheidung, ja, ich verstehe jetzt, aber ich würde das schreiben, ja, warten Sie mal. Ja, schreiben Sie. Okay, warten Sie mal, die Sekretärin hat mir gesagt, ja, wir können einen Termin nur für Sie machen mit dem Finanzberater und Sie können diese Fragen zu dem Finanzberater fragen, ja, weil ich könnte nicht antworten und, äh, ja, verstehen Sie, ich bin kein Finanzberater, ich bin nur Grundberater. Ja, 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 gut, äh, ja, und wann, also ich habe ja nicht so viel, was? Haben Sie Zeit nach 10 Minuten oder etwas wie das? Ja, in 10 Minuten habe ich Zeit, ja. Okay, dann bekommen Sie einen Anruf, äh, nach 10 Minuten und ich schicke alle die, äh, Daten und irgendwo auf Ihre WhatsApp, okay? Ja, ich habe kein WhatsApp, aber können Sie gerne versuchen. Okay, 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 dann ich mache meine Beste, um das zu schaffen, okay? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, passen Sie auf sich auf. Tschüssi. Bis dann, tschüss. Ja, bitte. Ja, hallo, ein nochmal, ich möchte Ihnen sagen, dass Ihr Termin wird nach 15 Minuten, ja, ich entschuldige mich bei Ihnen für die Verspätung, aber die Finanzberater hat einen anderen Termin mit einem anderen Klienten, ja, und haben Sie keine Probleme damit, oder? Was, also, wann, wann, äh, kommt der Termin, wann denn nun? Nach, äh, nach 15 Minuten, ja. In 15 Minuten, nee, das ist zu spät, dann, äh, zu früh. Äh, dann würde ich sagen, äh, machen wir 17.30 Uhr. Ja, aber wir arbeiten nicht bis 70.30 Uhr, ja. 17, nicht 70. Ah, ja, ah, 70, aha, okay. 17.30 Uhr, also um halb sechs. Okay, okay, dann um halb sechs bekommen Sie einen Anruf, okay? Das ist gar kein Problem. Okay, dann bis um halb sechs. Okay, ja, bis dann, tschüssi. Tschüss. Leider hat der hektisch überforderte Betrüger mit der komischen Uhr dann doch nicht mehr angerufen. Weder um 70.30 Uhr, noch um 17.30 Uhr oder um halb sechs. Aber kaum zehn Minuten später erhielt ich einen Anruf der gleichen Firma und da wurde es noch konfuser. Danach kommt noch ein weiterer Anruf und auch für den Anruf wünsche ich euch viel Spaß. Ja, bitte. Ja, hallo, ich bin Leon Stahner und Sie haben sich bei uns angemeldet, ist das richtig? Bei wem? Bei Bidsoft 360 und wir hatten einen Termin geöffnet. Gestern? Ja. Sie haben mir gesagt, Sie sind unterwegs und wir haben eine Termin gemacht und danach, dass Sie auf mich nicht antwortet, ja? Gestern war Sonntag. Was haben Sie gesagt? Ich sagte, gestern war Sonntag. Ja, das ist die Finanzmarkt, ja? Ja, aber trotz allem hatte ich Sonntag keinen Termin. Ah, aber Sie waren im Auto und ich habe das Ihnen gesagt und Sie haben gesagt, okay, okay. Aber jetzt, ich habe keine Zeit, vielleicht, Sie haben das nicht bemerkt oder was Sie da haben. Bitte was? Ja, das war, warten Sie mal, warten Sie mal. Sind Sie Basia Adini? Bitte was? Sind Sie Basia Adini? Nee, bin ich nicht. Ah, dann darf ich fragen, wie heißen Sie? Ich soll das auf das System schreiben, vielleicht, das war ein Fehler oder was wir da haben. Ja, dann, dann haben Sie mich ja gar nicht erreichen wollen, weil ich habe keinen Termin. Ich hatte gestern keinen Termin. Aha, ich entschuldige mich bei Ihnen. Ja. Aha, ich entschuldige mich bei Ihnen, darf ich die letzte Frage, wie heißen Sie, ja? Das geht Sie ja gar nichts an. Warum sollte Sie das was angehen? Ja, okay, wie das möchten, ja, das, wie habe ich gesagt, das ist nur ein Protokoll, wenn Sie das möchten. Ich brauche kein Protokoll, danke, ich brauche kein Protokoll. Okay, dann tschüss. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Ja. Können Sie mich hören, Herr Sie korrekt? Ja. Das ist richtig, wunderbar. Mein Name ist Martin Wagner, ich rufe Sie an von der Hanses Plattform Expro. Sie haben sich vor kurzem bei uns registriert, ist das richtig? Das kann sein, ja, ich habe mich bei mehreren. Expro? Expro, genau. Ah ja, okay. Haben Sie unsere Plattform bereits gesehen? Nee, nicht so genau. Nicht so genau. Können Sie mir das nochmal sagen, dann kann ich nochmal nachgucken. Ja, selbstverständlich. Also unsere Plattform finden Sie im Internet unter Expro-Plattform, mit einem T für Englisch, Punkt, 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 ich kann Ihnen, also Expro, soll ich Ihnen das postabieren? Ja. Also Emil, dann X für Xylophon, P für Peter, R für Richard, O für Otto, dann P für Peter, L für Laura. All right, P für Peter, P für, ja, habe ich, A für Anna, Anton, P, T wie Theodor, T wie Theodor, T wie Theodor, F für Friedrich, ein T oder zwei T? Ein T, ein T, ein T, ein T, ja. Dann F für Friedrich, R für Richard, ja, Entschuldigung, nicht er, sondern O für Otto, dann R für Richard. Also Friedrich, Otto, Richard, Marta, vermute ich mal, ne? Genau, Marta.com Punkt.com Genau. So, dann schauen wir doch mal. So. So, dann schauen wir doch mal. Ja, wunderbar. Ja, das öffnet sehr langsam. So, gut, jetzt haben wir das. So, na dann erzählen Sie doch mal, wie das Ganze funktioniert. Also wir sind ein Finanzunternehmen, wir handeln auf dem Finanzmarkt mit Rohstoffen, Aktien, Kryptowährungen und Edelmetallen. Und wir bieten unseren Kunden zwei Möglichkeiten, wie sie mit uns arbeiten und Geld verdienen können. Die erste Möglichkeit ist ein automatisiertes System. Das nennen wir Bot-System. Das beruht auf künstlicher Intelligenz. Dieser Bot macht jeden Tag Deals auf ihrem Konto. Also öffnet und schließt Positionen automatisch. Zum Beispiel von Kryptowährungen oder Währungspaaren oder so. Und der Bot berechnet den günstigsten Zeitpunkt, um eine Position zu öffnen und schließt sie dann wieder zum günstigsten Zeitpunkt mit Gewinn. Und dieser Gewinn, das ist dann ihrer. Und der Bot, entschuldigen Sie bitte, der Bot macht bis zu 10 Deals pro Tag. Wenn Sie möchten, können wir das aber bis zu 15 oder 25 konfigurieren. Das hat ein bisschen damit zu tun, wie viel Margin Sie auf dem Konto haben. Mit was wir handeln können, mit was der Bot handeln kann. Als zweite Möglichkeit kann ich Ihnen die Zusammenarbeit mit einem Finanzexperten anbieten, und der Finanzexperte wird mit Ihnen zusammen eine individuelle Anlagestrategie erstellen. Und da können Sie einfach sagen, mit was Sie gerne handeln möchten. Und der Finanzexperte wird Ihnen den Finanzhandel ein wenig näher bringen. Ich weiß nicht, haben Sie da bereits Erfahrung gemacht oder ist das das erste Mal? So, ein klein wenig schon. Sie sagten, das ist ein Bot-System. Auf welchem System arbeitet der Bot denn? Auf System eines Metatraders, oder? Ja, also das Bot-System arbeitet auf dem, ja, das sagen Sie richtig, das wurde von unseren Programmierern entwickelt. Nee, der Metatrader ist ja sicherlich nicht von Ihnen. Nee, Metatrader nicht. Wir haben ein eigenes System. Das beruht auf künstlicher Intelligenz. Ja gut, der Metatrader arbeitet ja nicht auf künstlicher Intelligenz. Das tut mir, nein. Unser Bot-System arbeitet auf künstlicher Intelligenz. Wie soll das funktionieren? Woher bezieht der die Daten zum Beispiel, um künstlich auszuwerten? Also die Daten werden einerseits eingelesen von unserer Analyseabteilung. Ja, und wo bekommt die Analyseabteilung die Daten her? Die Daten vom Finanzmarkt. Vom Finanzmarkt? Von welchem denn? Also, das kommt darauf an, mit was Sie handeln möchten. Also wenn Sie zum Beispiel mit Aktien handeln möchten, dann gibt es öffentlich zugängliche Informationen, ja. Die werden ausgewertet von unserer Analyseabteilung. Und mit diesen Daten wird das Bot-System gefüttert. Das beruht auf künstlicher Intelligenz. Das heißt, es verarbeitet wird. Was denn, wenn es gefüttert wird, dann ist es ja nun keine künstliche Intelligenz. Dazu komme ich, ja. Also künstliche Intelligenz, das Bot-System wird einerseits von Daten von unserer Seite her gefüttert. Andererseits zieht es sich natürlich selber auch Daten aus dem Internet zum Beispiel herum. Aus dem Internet? Von fremden Webseiten zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn irgendeine Neuigkeit kommt. Zum Beispiel heute wurde Binance zum Beispiel verpackt, oder? Binance, eine der größten Kryptowährungshandelsplattformen. Ja, die ist mir bekannt. Und was war mit Binance? Binance wurde verklagt. Ja gut, das sagt aber noch gar nichts. Nein, nein, aber wenn Sie das gesehen haben, nachdem das öffentlich wurde, dass Binance verklagt wurde, ist der Bitcoin-Kurs zum Beispiel signifikant gefallen. Ja, kann ich ja gucken. Gut, aber wenn Sie sagen, das wäre ein vollautomatisches Handelssystem, und wenn die Daten ja dann eingegeben werden müssen, dann ist es ja nicht vollautomatisch. Und wenn Sie sagen, das arbeitet nach Maßgabe des Meta-Traders, wie kann denn der dann vollautomatisch Optionen öffnen? Weil der Meta-Trader kann das nicht. Nee, mit Meta-Trader, da haben wir uns falsch verstanden. Ja, Sie haben es doch gesagt. Ich habe es doch genau so verstanden, wie Sie es gesagt haben. Ich habe, also von Meta-Trader haben Sie gesprochen. Ja, und Sie haben es bestätigt, dass es auf Basis des Meta-Trader arbeitet, haben Sie mir gesagt. Nicht auf Basis, sondern ähnlich. Ähnlich. Okay. Also unser System kann automatisch Positionen öffnen und schließen. Die werden berechnet. Und durch dieses System verdienen unsere Kunden sehr gut Geld. Gut. Dann die Frage, wenn wir jetzt mal theoretisch angenommen, ich würde bei Ihnen ein Konto erstellen. Wer hat Zugriff auf mein Konto? Nur Sie. Ja, sehen Sie, da hinkt der Hase doch schon wieder. Wenn nur ich Zugriff auf mein Konto habe, wie will dann das automatische System für mich investieren? Wenn es gar kein Geld von mir nehmen kann. Also das System, das werden wir mit Ihnen in Ihrem Konto aktivieren. Ja, das heißt, das System hat dann Zugriff auf mein Geld. Ja, um es einzusetzen, ja. Ja, gut, aber was immer es das will, aber dann war die erste Aussage, dass nur ich Zugriff auf mein Konto habe, ja schon falsch. Ja, also keine andere Person hat Zugriff auf mein Konto. Ja, ich habe ja nicht nach Personen gefragt, ich habe gefragt, wer hat Zugriff auf mein Konto. Und offensichtlich ja dann auch diese Software. Wenn Sie die Software aktivieren möchten, dann ja. Wenn Sie selber traden möchten oder beziehungsweise Sie möchten traden mit einem Finanzberater und möchten einfach Informationen vom Finanzberater, welche, welche Deals gerade aktuell sind oder wie man am besten investieren kann, dann aktivieren wir keine Software bei Ihnen und Sie machen das alles selbst. Gut, die Finanzberater, wie sind die denn ausgebildet? Die sind alle studiert. Ja, und was haben die studiert? Das kommt auf den konkreten Finanzberater an, ja. Es gibt welche, die haben Finanzmanagement und Wirtschaft studiert, zum Beispiel, ja. Die sind auf jeden Fall alle zugelassen auf der Börse. Und haben auch eine Lizenz, nehme ich an. Selbstverständlich. Okay, und Ihre Firma, wie ist das mit der Lizenz? Wo sind Sie lizenziert? Wir haben eine FTA-Lizenz und eine von BaFin. Von der BaFin? Wo sitzen Sie denn überhaupt? Wo ist denn, da müssen Sie ja in Deutschland sitzen, wenn Sie bei der BaFin eine Lizenz haben. Wir haben ein, das ist richtig, wir haben ein Büro in Düsseldorf. Prima, dann schauen wir doch mal. Bei der BaFin kann ich ja ganz einfach mal nachschauen, das ist ja kein Problem. Das können Sie machen. Ja, dann schauen wir doch mal. Dann können Sie mir doch bitte... Ich kann Ihnen die Lizenz auch schicken. Nein, Sie können mir einfach die Lizenznummer sagen. Das ist am einfachsten. Eine Frage hätte ich noch zu Ihrer E-Mail-Adresse. Ja, aber die brauchen wir jetzt noch nicht. Sie soll mir nur die Lizenznummer sagen. Ich gebe Ihnen die Lizenznummer, die suche ich gerade. Ihre E-Mail-Adresse, das ist eine einmalige Adresse. Nee, ich will keine E-Mail haben, ich möchte gerne eine Lizenznummer haben. Oh, ist sie wohl tiefer steckt, die Lizenznummer? Das öffnet gerade bei mir. Das öffnet gerade bei mir. Da war wohl die Lizenznummer bei der BaFin zu tief vergraben. Es kann aber auch sein, dass er sich nicht die Blöße geben wollte, von mir mit einer erfundenen Lizenz erwischt zu werden. Da legt man lieber einfach auf. Vielen Dank, dass ihr mich bei meinem sonntäglichen Ausflug in die Welt der Betrüger begleitet habt. Euch noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Video. Euer Callcenter Crusher Ich habe noch einen schönen Sonntag. Ich habe noch einen schönen Sonntag. Ich habe noch einen schönen Sonntag.